Ich bin Maria und ich bin von der katholischen Landjugendbewegung im Bistum Osnabrück. Wir haben rund 8.000 Mitglieder, die hauptsächlich im ländlichen Raum leben. Das bedeutet, dass wir eng mit der Landwirtschaft und dem Landleben verbunden sind. Und daher ist uns ein nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen und mit der Schöpfung besonders wichtig. Seit 2017 sind wir daher ein fairer Jugendverband. Das bedeutet, dass wir in unserem Verbandsleben auf nachhaltigen Einkauf achten, dass wir faire Produkte kaufen oder Plastik bei unseren Veranstaltungen vermeiden. Als Jugendverband ist uns der Schutz von Mensch und Umwelt besonders wichtig. Wir schauen dabei nicht nur in unsere Dörfer vor Ort, vor unserer Haustür, sondern blicken auch über unseren Tellerrand hinaus und pflegen beispielsweise eine Freundschaft zu Menschen im peruanischen Andenhochland. Dadurch, dass wir eng mit der Landwirtschaft verbunden sind, wissen wir, wie viel Arbeit hinter der Produktion von Lebensmitteln steckt. Und wie blöd es ist, wenn dies nicht gewertschätzt wird. Und das tut es zum Beispiel bei uns in Deutschland, indem Dumpingpreise für Fleisch und Milch aufgerufen werden. Wenigstens können wir in Deutschland hier von fairen Arbeitsbedingungen, Versicherungsschutz in den meisten Fällen sprechen. Das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Aber jeder und jede von uns kann etwas für den nachhaltigen Konsum tun. Man kann erst einmal den eigenen Konsum hinterfragen und seine Erwartungen zurückschrauben. Nicht jedes Lebensmittel ist jederzeit verfügbar und in unbegrenzten Mengen. Aber auch nicht jede Kartoffel ist perfekt gewachsen, aber sie schmeckt trotzdem. Man kann regional und saisonal beim Erzeuger vor Ort einkaufen oder faire Produkte für diejenigen, die nicht in Deutschland hergestellt werden können. Uns ist es vor allem wichtig, dass einfach kein Lebensmittel, welches nicht gegessen, genutzt wurde oder auch Kleidung und Spielzeug, einfach auf den Müll geworfen wird. Wir fordern von der Politik, dass sie Rahmenbedingungen setzen, dass die Menschen, die unsere Lebensgrundlage herstellen und produzieren, einfach auch eine eigene Lebensgrundlage haben. Wir leben in einem privilegierten und wohlhabenden Land und haben dadurch einfach die Verantwortung, dass es allen Menschen entlang der Lieferkette gut geht und gerecht behandelt werden. Und das ist egal, ob sie auf dem niedersächsischen Land leben oder zum Beispiel auf dem peruanischen Land.